Schön ausgeschnitten, diese Saison tragen wir Oberteile, die das Dekolleté besonders in Szene setzen. Egal ob mit verspieltem Herzform oder markantem Kastenausschnitt. Die Oberteile mit Ausschnitten, die teils bis zur Schulter gehen, gibt es in bunten Frühlingsfarben. Außerdem bieten sie die perfekte Möglichkeit, dezente Ketten in Szene zu setzen. Ab 20 Euro gibt es die Oberteile unter anderem bei H&M, Zara und Reserved. Tattoo-Tüll. Transparente Teile mit markanten Mustern, die an Tattoos oder Gemälde erinnern, sind der Trend für den Frühling. Zum Beispiel als Oberteil mit Cutout oder als langes Kleid. Der enger liegende, aber elastische Stoff ist dank der auffälligen Muster ein echter Hingucker. Modemotige kombinieren die Teile mit derben Boots, viel Schmuck und auffälligen Accessoires. Die Tattoo-Tüllteile gibt es ab 13 Euro, gesehen bei Bershka, Joturn und Zalando. Bye, bye, schwarz und hallo, bunte Mascara. Um dem Augen-Make-up das gewisse etwas zu verpassen, schminken wir Wimpern jetzt mit farbigen Tuschen. Zum Beispiel in Blau, Grün oder Lila. Im Netz gibt es zahlreiche Looks zum Nachschminken. Wer sich nicht ganz an knallige Farben traut, tuscht nur den oberen Wimpernkranz. Bei grünen Augen passt am besten Lila-Mascara. Und bei blauen Augen pink. Braune Augen werden durch blaue in Szene gesetzt. Ab 4 Euro in jeder Drogerie. Alles Kopfsache. Die App Headspace verspricht weniger Stress und mehr Achtsamkeit im Alltag. Mit hunderten geführten Meditationen, Atemübungen oder Musik, die man überall und spontan abrufen kann. Mit besonderen Entspannungsübungen für den Abend soll man zudem erholsamer und besser einschlafen. Und die App sendet täglich eine Achtsamkeitsbotschaft mit einem Zitat oder einer Aufgabe. Gerade im stressigen Alltag hilft es einem manchmal daran erinnert zu werden, auch mal wieder runter zu kommen, zu meditieren. Allerdings frage ich mich, ob es dann auch wirklich zur Entspannung kommt, wenn man jeden Tag Benachrichtigungen bekommt von der App. Die Testversion von Headspace ist zwei Wochen kostenlos. Das Abo gibt es ab circa 5 Euro monatlich. Herz aus Gold. Ringe, Ketten, U-Ringe tragen wir jetzt in Herzform. Egal ob klein und filigran oder als farbiges Statement-Accessoire. Herzen finden wir gerade einfach toll. Selbst die Gürtelschnalle bleibt nicht mehr rund oder eckig. Besonders angesagt sind die verspielten Teile in Gold. Ab 8 Euro erhältlich bei Estradivarius Mango oder Monkey.